Orga Lutran. Legen Sie alle nötigen Gegenstände, die Sie zur Anwendung brauchen, auf eine freie Oberfläche. Orga Lutran gibt es in schon präparierten Spritzen und das Mittel kann bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Kaufen Sie bitte in Ihrer Apotheke Desinfektionspads. Vor dem Gebrauch waschen Sie bitte immer die Hände. Nehmen Sie die präparierte Spritze aus der Schachtel heraus und entfernen Sie die Verpackung. Nehmen Sie den Schutzdeckel ab und klopfen Sie in Richtung nach oben leicht an die Spritze, damit die restliche Luft entweicht. Drücken Sie leicht den Kolben, bis sich ein kleiner Tropfen auf der Kanüle bildet. Die Spritze ist jetzt zur Injektion bereit. Die beste Injektionsstelle ist unter dem Bauchnabel. Spritzen Sie jeden Tag das Medikament in eine andere Stelle. Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Desinfektionspad und warten Sie, bis die Haut getrocknet ist. Bilden Sie mit zwei Fingern eine Hautfalte und mit der anderen Hand stecken Sie die Kanüle im Winkel von 90 Grad in die Hautfalte. Lockern Sie die Hautfalte nun und drücken den Spritzenkolben, soweit es geht. Warten Sie fünf Sekunden und ziehen Sie dann die Spritze heraus. Nach dem Herausziehen reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Desinfektionspad.